Ein Ford Fiesta steht hier zum Verkauf. Der schwarze Kleinwagen ist fünftürig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kleinwagen besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber, ABS, ESP, elektrischer Seitenspiegel, Physiofix, Kindersitzbefestigung und noch vieles mehr. Der sparsame Benziner hat eine Leistung von 60 PS. Er wird über ein Schaltgetriebe gesteuert. Der angegebene Verbrauch liegt bei 5,2 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 11.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.